Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi-Podcast. Guten Morgen, lieber Yannick. Guten Morgen, Peter. Was geht ab? Ach gut, ich sitze hier, dieses Mal sitze ich beim Leo im Kinderzimmer. Das ist total irre, weil hier kannst du, der Leo hat das Glück, der hat Fenster Richtung Mosel. Und ich habe mir jetzt extra hier so eine ganz bekloppte Konstellation gemacht und ich wette, ich habe am Ende des Podcastes Rückenweh, weil ich so ein bisschen nach vorne geneigt in einen Schaucherstuhl rede. Wie cool. Für die Absorption. Jawohl, ich glaube, ich baue mir immer so ein bisschen Kissen neben das Mikrofon und ich habe obendrauf ein echtes Schafsfell liegen, würde ich sagen. Und das war ganz witzig. Und ich wollte aber die Position diesmal haben, weil ich dann eben rausgucken kann und es ist ja eben war noch richtig blauer Himmel, jetzt kommen so langsam die Wolken. Aber es ist dann auch schön inspirierend wahrscheinlich. So habe ich gedacht. Es wird wahrscheinlich der beste Podcast, den wir je gemacht haben. Ach, genau. Ja, ich habe einfach unseren Akustikvorhang hinter uns, also hinter mir quasi und ich dachte, das reicht. Hey, bist du im Studio? Ich bin im Studio, ja, ja. Das gibt es doch nicht. Also nicht in dem großen, sondern in dem kleinen Studio hinten, im hinteren Raum. Nee, 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 ich bin schon im großen. Also ich habe unseren großen Akustikvorhang hinter mir. Ach, den, okay. Genau, wir haben ja einen neuen aufgehangen, hinten in unserem alten Studio, wo die ganzen großen Lautsprecher sind. Da haben ja Thomas und ich, wir haben uns mal rangemacht und haben da mal einen Hofervorhang hingehangen, weil wir wollen da die Ecke so ein bisschen zu unserer Podcast-Ecke machen und auch um so ein bisschen Akustikmaßnahmen vorführen zu können. Ja, ich fand das schon ganz wirksam irgendwie. Ich bin da einmal reingelaufen, also wir müssten ihn noch bügeln. Ja, genau. Der muss noch aushängen. Aber so von der Wirkung her ist das seriös, würde ich sagen. Voll, also so ein Vorhang macht viel aus, ne? Ja, also das sind, also bei mir, ich hatte ja letztes Mal erzählt, hatte ich ja eingemessen mit und ohne Vorhang, da hat man es ja schon gesehen und das ist gar kein Akustikvorhang, sondern das sind normale Vorhänge, also dünne. Und der, den du da jetzt aufgegangen hast mit Thomas, das ist ja dann ein dreilagiger. Ja, genau. Von Hofer. Der nimmt natürlich schon enorm weg. Ja, genau. Genau. Ich, genau, finde ich eigentlich ganz interessant, also wir hatten, wollen das eben so ein bisschen zeigen, in Zukunft wieder, also noch mehr, ja, Raumakustik zeigen und das war sehr spannend. Wir hatten diese Woche, Montag, Besuch von HeySign und die haben wir schon mal erwähnt im Podcast der Christian und ich vor, boah, vielen Wochen, weil ich bin im Internet bei der Recherche eben dabei darauf gestoßen, weil wir, ja, so ein bisschen wie diese Hofer-Folgen jetzt auch, die, die wir da aufgegangen haben, zumindest mal den, den wir da aufgegangen haben, der ist sehr funktional, aber der sieht auch so ein bisschen danach aus. Ja, genau. Und die, die wir im Dschungel quasi, also in dem großen Studio haben, wo du jetzt davor sitzt, ne, der, der ist ja sehr schick, ähm, aber der ist sehr massiv und schwer. Mhm. Und, ähm, ja, und man kann ja auch nicht immer alles mit Vorhängen zuknallen. Ja, genau. Ist ja generell bei, bei so Akustikmaßnahmen immer das Problem, dass das auch noch so halbwegs wohnraumtauglich sein soll, weil man will sich ja nicht alles voll klatschen mit Absorbern und dann hockst du da in so einer toten Höhle irgendwie. Ja. Ja, und, ähm, da kommt das HeySign echt gut daher, das sieht schon echt richtig schick aus. Das will ja nicht jeder in so einem Schaukelstuhl sprechen. Ja, genau. Oder Musik hören da drin. Genau. Ne, genau, äh, ja, äh, Leute, also wenn ihr Lust habt, googelt das mal, da gibt's auch noch ein bisschen Content in Zukunft von uns wahrscheinlich, also wir haben jetzt noch nichts bestellt von den Jungs, aber, ähm, das, das gefällt mir immer noch sehr gut und jetzt haben wir halt Muster bekommen, also der, ähm, der Vertreter von HeySign war bei uns am Montag zum ersten Mal, der hatte jetzt auch zum ersten Mal Material, Materialmuster für uns dabei, äh, also ich hab die wirklich, äh, mehr oder weniger zufällig gefunden, weil ich, äh, ich hab schon aktiv gesucht, eben nach hübschen Absorbern und HeySign, das Besondere daran ist, dass das eine deutsche Firma ist, die produzieren in Deutschland 100% Natur, äh, äh, Filz aus Schurwolle, also aus Schafswolle, ähm, und, ähm, dabei hab ich zum Beispiel erfahren, war ganz interessant, ähm, ähm, Filz ist das älteste, der älteste Stoff quasi der Welt, also älteste Material, was die Leute zum Anziehen benutzt haben und zwar irgendwie schon in der Mongologe. Leih früher, ähm, und das Coole ist ja, dass es also nicht verklebt wird, sondern eben nur, ja, quasi verrieben wird und, ähm, ja, das machen die in Deutschland, die, ich glaube allerdings, die Schafswolle ist aus Australien, wenn ich das jetzt richtig auf dem, auf dem Schirm mache. Ich glaube, ja. Und was ich auch nicht wusste ist, dass diese, dass so Schafswolle an sich, ähm, boah, da bin ich jetzt von den Begrifflichkeiten nicht sicher, aber da ist irgendwas drin, ähm, äh, quasi von, von den Schafen noch, von der Wolle her, ja, das sehr, ähm, geruchsmindernd ist und, ähm, ja, sorgt halt für ein sehr angenehmes Klima im Raum. Mhm. Und, ja, und dann hat der jetzt eben mal die Muster dabei. Du hast die gesehen, die liegen bei dir ja gerade auf dem Tisch im Dschungel, ne? Genau, genau. Ich hab die nur gesehen. Ich finde, die sehen super schick aus und auch total haptisch, ne, weil dieser Filz ist halt total cool. Ja, das ist halt total cool. Und, ähm, es sind halt nur kleine Muster erstmal. Ich bin mal gespannt, wenn größere Sachen da sind, aber, äh, auf den ersten Blick total cool. Ja, die haben halt, äh, die haben so eine Farbtabelle dabei gehabt, ne? Also die haben, äh, ich glaub 42 oder 44 Farbvarianten, also Farbtöne und da geht's dann jetzt schon richtig Richtung Wohnlicht, ne? Also man, man kann, ähm, äh, da mit einer Wand behängen quasi, dann werden die so aufgereiht, die nennen das Welle, also die werden so, ja, so zu acht Zentimeter Tiefen, hm, wie würde man das erwähnen, äh, beschreiben? Ja, so Wellengefaltet halt, ne? Ja, ja, schon. Und, ähm, und, ähm, und, also das, diese Wellen, die sind dann aus drei Millimeter dickem, ähm, Filz und dann haben die noch andere Sachen, die du direkt auf die Wand aufbringen kannst, die sind dann bis, ich glaub 5 Millimeter sind die stark. Und, äh, die nehmen natürlich dadurch, dass diese, also bei der Welle jetzt explizit, ähm, nehmen die natürlich unheimlich viel weg, weil die eben schon, ähm, acht Zentimeter tief sind. Und dann gehen die natürlich von der, von dem Frequenzbereich auch schon, äh, sehr niedrig. Die haben auch in dem Katalog, den hat er auch dagelassen, ähm, schon mal direkt diese Angaben, die man bei Absorbern üblicherweise auch kriegt, also, ähm, ja, diesen Faktor, ne? Der Absorptionsgrad quasi von den, jawohl, genau, genau. Bezogen auf die Frequenz. Und was ich ganz witzig fand, ist, ähm, dass die, auf der Homepage sieht man das ja auch unter Akustikmodulen bei denen, diese runden Wellen quasi, das sind wirklich Bassabsorber, also die gehen wirklich bis in die tiefen Töne rein. Ähm, hat er auch explizit gesagt, und die haben auch so, ja, der hat zum Beispiel erzählt, in einem Fitnessstudio hat die Tage jemand das gekauft, der stellt, ähm, ganz viele von den Hockern von denen, das sind auch Bassabsorber, die stellt jemand in einem Fitnessstudio in Ecke und wenn er dann irgendwie ein, ja, ein Gespräch hat oder so, nimmt er die aus der Ecke raus und hat dann eben die Sitzmöbel. Ähm, aber das sind Absorber auch von denen für besser, ja, ganz, ganz lustig. Also, ja, und was mir halt persönlich am allerbesten gefällt und deswegen, ähm, das schiebe ich auch so ein bisschen für zu Hause drauf, ähm, von Haysign gibt's, ähm, die Welle quasi als Lampe, als Deckenmodul. Und das ist doch mal das Wohnraumtaugliche, was es nur geben kann. Ein Lampenschirm, der absorbierend ist. Wie geil ist das denn, dass man da noch nicht drauf gekommen ist, ne? Das ist ja Hammer. Nee, ich kannte das auch nicht. Ich kannte das vorher gar nicht. Aber das ist echt interessant. Und, ähm, ja, und das wollen wir dann, ähm, im Laden zukünftig an der Stelle hängen haben, wo, wo dieser, ähm, ja, jeder, der schon mal bei uns war, kennt das. Wir haben da so einen Kronleuchter hängen. An den wir immer anstoßen mit unseren Modulen. Bing! Genau, genau, genau. Wir haben so hohe Module gebaut und die können wir rollen und, ja, und dann dotzen wir immer gegen. Der Absorber ist, würde ich sagen, auch umstritten, ne? Also, es gibt die Partei Christian und die Partei Peter. Ich glaube, Peter ist alleine. Ja, genau. Der ist dagegen. Ja, der Christian steht auf diesem Kronleuchter. Christian fand den cool, äh, genau. Der kann sich nicht wehren, der ist jetzt im Urlaub. Äh, viele Grüße, Christian. Genau. Ah, ha, ha. Ja, ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ja, den würden wir dann, ähm, charmant auf Seite bringen, ähm, weil das ist wirklich auch bei uns eben in dem großen Studio eine Stelle, wo wir ja gemerkt haben, dass wir an der Stelle, ähm, das ist so die lange, ähm, ja, wenn ihr reinkommt in das, äh, in das große Studio, dann ist, ähm, ähm, quasi von links nach rechts sind zwei, ähm, Bereiche der Wand sehr, sehr blank. Und, ähm, und, ähm, da gibt's ein riesen Flatter-Echo. Genau an der Stelle, wo der Kronleuchter hängt, jetzt die Lampe einsetzen, ähm, und damit würden wir die Höhe dann maximieren. Und ich glaub, das wird ganz witzig. Aber, ja. Glaub ich auch. Basteln wir mit meinen Zukunft noch ein bisschen rum. Ähm, Yannick, der Grund, warum wir beide jetzt hier sitzen, ohne zusammenzusitzen, ist ja aber quasi, dass wir auch letzte Woche schon es nicht geschafft haben, dienstags aufzunehmen, weil du dienstags und freitags gar nicht mehr im Laden bist, sondern du hast dein Studium wieder aufgenommen. Ja, yes, ich studiere wieder. Komm mal raus. Ich studiere wieder Tontechnik tatsächlich. Ich hab ja mal eine Zeit lang Tontechnik studiert und hab mich dann auch selbstständig gemacht als Tontechniker. Ja. Und, ähm, kam jetzt irgendwie vor ein paar Wochen wieder auf die Idee, das nochmal aufzugreifen, weil ich merke, dass mir das doch, äh, äh, noch sehr viel bringen kann. Und, ähm, mach das jetzt halt neben der Arbeit, ne? Also ich bin jetzt nur noch drei Tage die Woche im Laden. Und, äh, dienstags und freitags ist halt, äh, Studium angesagt. Und dann auch nach der Arbeitszeit hab ich dann noch, äh, Online-Vorlesungen zum Kram. Ja. Und, äh, ja, sehr, sehr spannend. Und deswegen ist es... Genau, ist in Köln. Und dann muss ich immer nach Köln hochgucken. Ist aber eigentlich ganz entspannt, wenn nicht viel Stau grad auf der A3 ist, aber... Sonntags geht's. Ja, ja, genau, sonntags geht's. Ja, genau. Und das war, ist halt super geil, weil halt sehr umfangreich, ne? Jetzt gerade haben wir halt, äh, viele, viele Surround-Themen, Game-Implementierung und sowas. Voll spannend, ne? Und das ist super spannend. Und das wollte ich ja mal sagen, das war so geil. In der Vorlesung waren so 40 Leute. Und das Erste, was der Dozent gefragt hat, das war eine, äh, das war eine Surround-Vorlesung, war, wer von euch hat denn so eine ganz normale Stereoanlage zu Hause? Also so zwei Stand-Lautsprecher und ein Verstärker und hört so ganz normal Stereo-Musik. Hat sich keiner gemeldet. Zwei haben gesagt, ja, meine Eltern haben sowas zu Hause und keiner hat sich gemeldet. Und ich hab auch so ein bisschen die Füße stillgehalten und hab mir das mal ein bisschen angehört. Und dann hat er halt auch gesagt, ja krass, ne? Müssen wir mal überlegen. Ihr macht ein Tontechnik-Studium und ihr hört aber selbst gar kein Stereo. Und das zeigt ja, und das find ich so spannend, wie sich die Hörgewohnheiten einfach verändert haben. Es ist ja erstmal nichts Schlechtes, dass Leute kein Stereo hören, obwohl Stereo mega geil ist. Aber man merkt einfach, wie krass diese Hörgewohnheit sich verändert hat. Es wird viel mehr mit Soundbars gehört oder einfach nur über Kopfhörer, ne? Ja, oder Multibus-Speaker. Genau, Multibus-Speaker und hat ganz viel Mono, ne? Also Stereo kennen die Leute gar nicht mehr so wirklich. Oder viele wissen gar nicht mehr so wirklich, wie grandios gut Stereo sein kann. Und das fand ich sehr spannend, dass sogar in dem Tontechnik-Studium, natürlich, du hast, ja, eigentlich ist es absurd. Ich mein, du hast in deinem Studio, hast du natürlich eine Stereo-Abmische, ne? In der du perfektes Stereo hast. Aber dann hast du einen extrem toten Raum und du hast halt so eine, du bist halt wirklich mit einem Sezirmesser da am Sitzen. Aber so dieses, dieses Stereo-Hi-Fi zu Hause, das hat keiner von den jungen Leuten da gehabt. Und das fand ich so spannend. Aber das ist ja auch, genau wie du sagst, ist super spannend. Und ja, im Endeffekt seid ihr als Produzent ja dann quasi, als Mischer ja auch nichts anderes als ein Künstler. Und wenn du natürlich jetzt merkst dann, dass man selber dann zu Hause vielleicht gar nicht mehr Stereo damit hört, dann ist es, ich vergleiche das jetzt mal so banal, also ich als Laie. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt, ich hab gestern wieder Ben Webster gehört mit, äh, mega geil, ähm, hier mit Oscar Peterson und, äh, im Zug, ähm, Lange und, ähm, äh, Tenorsaxophonist und so. Und ich finde halt, wenn du viel diese Art der Musik hörst, dann kannst du sie auch besser spielen. Ja, ja, voll. Und das ist ja vielleicht ganz witzig. Also wenn ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das auch auf das Mixen einen Einfluss hat, ne? Wenn du jetzt, äh, also wenn du viel Stereo hörst, mixt du vielleicht anders, weiß ich nicht, als wenn du viel Kopfhörer hörst oder viel, ähm, in anderen Sound gewöhnt bist. Kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ne, das ist mir aufgefallen, seit, seitdem ich hier arbeite, in der Firma, seitdem ich hier bin, wie anders ich Musik höre, weil ich auf ganz andere Dinge achte in der Musik. In der, in der, in der Tontechnik ist es halt super technisch gewesen, stellenweise, weil du als, als Produzent und als Mischer halt, ich sag mal, in, du hast halt, ich sag mal, zwei Aspekte. Das eine ist was Handwerkliches, du musst es halt einfach erstmal übertragbar machen, auf Medien und auf andere Systeme und dann natürlich noch der kreative Teil, wie klingt denn jetzt die Gitarre, wie klingt denn jetzt das Saxophon, wie klingt die Stimme, was ist da für ein Hall drauf, wie räumlich will ich es haben, wie trocken, ne? Das sind alles technische und kreative Aspekte, aber jetzt, seitdem ich so viel Hi-Fi höre und auch in den Beratungen, kommt man auf ganz andere Aspekte, die in der Musik stecken, die viel emotionaler sind und die noch viel, viel näher an dem, an der, an dem Musikgenuss selbst sind, als das so in der, in der Musikproduktion ist, wo man das versucht, natürlich halt auch mega gut klingen zu lassen, keine Frage, aber so die, ich benutze ganz andere Worte, um Musik zu beschreiben im Hi-Fi mittlerweile, als ich, als ich es in der Tontechnik gemacht habe, wo es halt um Klangfarben geht, wo es um Formen geht, wo es um Tiefe und um Auflösung geht, natürlich sind das auch alles Themen, die in der Tontechnik super wichtig sind, aber bei denen ich damals oder bevor ich hier angefangen habe, noch nie so krass nachgedacht habe oder nicht in der Art und Weise. Da ging es bei mir um die S-Laute bei 8 Kilohertz, da ging es bei mir um die Monokompatibilität vom Bass, so natürlich auch im Stereo-Panorama die Instrumente zu verteilen, aber so dieses Super-Emotionale, das habe ich durch Hi-Fi irgendwie gelernt. Und das ist so ein Profit, den ich halt hier jetzt aus meinem Umgang und meinem ganzen Hi-Fi-Umfeld jetzt ziehen kann, das ist grandios gut. Und das finde ich halt dann auf der anderen Seite so ein bisschen schade, dass das halt, eigentlich ist das ja das, wofür man das macht, für diesen Hörgenuss will ich ja das Album aufnehmen. Eigentlich schon, ja. Also den Zugang auch zu finden, also mit der Musik zu den Leuten, ist ja eigentlich im Sinne des Künstlers auf jeden Fall. Und deswegen ist es ja, das ist ja vielleicht die Essenz aus allem. Und wenn man gerade beim Stereo-Hören, also beim hochwertigen Hören, das kann ja alles sein, also es ist halt meistens Stereo jetzt aktuell, aber eben das ist ja auch bei den Leuten, die dort gefragt wurden, meistens Stereo wahrscheinlich, wie sie es hören, aber es kann ja Kopfhörer sein oder kleiner Smartspeaker, Soundpaar, wie du sagst. Und genau, dann wäre es ja trotzdem schön, das vollumfänglich so zu betrachten. Aber das finde ich auch so spannend bei uns, also in der Firma, das macht das alles so divers. Also generell ist ja das Thema Technik so divers. Also wir machen ja auch beide Musik. Oder dann, ich habe ja also Informationstechnikermeister gemacht und wir kommen aus der technischen Richtung, aber auch andere, also von einer anderen Richtung. Und ich finde das so lustig, dass es so viele Konvergenzen gibt da, aber du kannst es mit so vielen unterschiedlichen Grundlagen quasi angehen. Ja, genau. Aus ganz vielen Sichtweisen. Das passt ja auch irgendwie schon wieder zu dieser Podiumsdiskussion, die da... Ja, genau. Wo siehst du HiFi in zehn Jahren? Genau, also ich sammle hier die ganze Zeit Argumente für wieder. Ganz herrlich. Und ja, also nochmal, wenn ihr Lust habt auf der High-End in München, werde ich da teilnehmen auf der Podiumsdiskussion von der High-End Society. Das ist so ein Verein, zu dem ganz viele Hersteller gehören, die die High-End-Messe in München auch immer betreiben. Und dort sind ein paar Gäste dabei, die eben über die Zukunft des HiFis diskutieren. Und da sitze ich mit dabei. Wird ganz interessant, glaube ich. Genau. 13 Uhr, glaube ich, am Samstag auf der High-End. Aber jetzt schlagt mich tot, welches Datum das ist. Hab's vergessen. Ja, der Samstag. Dann sind noch ein paar Sachen angekommen. Und zwar von LG. Oh, ja. Der, der lange wartet jetzt. Er hat mal vor, ja, weiß gar nicht, wann hat der Kollege das bestellt, vor acht Wochen oder so. Und ist jetzt eingetroffen. Der erste Fernseher von LG jetzt eben, der G4, also die neueste Version, also für das Jahr 2024. Die TV-Modelle sind eingetroffen. Und davon eben der, ja, eigentlich so die hochwertigste Serie, die LG produziert. Das ist die G-Serie, die wir auch am meisten verkaufen. Die nennt sich G, das steht für Gallery. Weil das so ein ganz, ganz, ganz flacher Fernseher ist. Der auch mit einem, ja, der quasi einen Wandhalter in sich aufnehmen kann und damit, ja, bündig an der Wand hängt und in Gänze irgendwie zwei Zentimeter tief ist nur. Sieht sehr schick aus. Schaut sich das gerne mal an online. Genau, da ist das neue Modell jetzt gekommen. Und ich hab Coll ja schon gesehen, der war da schon am Messen und am Kalibrieren, um das Ganze zu vergleichen. Den G39 jetzt mit dem G, ja, 38 heißt der jetzt, glaube ich, weil den gibt's jetzt mit Fuß zum ersten Mal auch. Also man kann den mit Fuß bestellen oder mit Wandhalter. Bisher gab's den immer nur mit Wandhalter. Werden wir ein Video zu drehen. Ich glaube, nächste Woche, wenn jemand also interessanter an Fernsehern hat, hoffentlich OLED, dann, genau, geht das kurzfristig online. Cool, bin ich sehr gespannt, wie der eingemessen aussieht oder wie das Bild wirkt. Weil man denkt ja schon bei dem G3, denkt man ja schon, das ist so unnormal gut. Und jetzt kommt einfach ein neuer raus. Ich bin gespannt, was der da nochmal draufsetzen wird. Ja, ich hab das gestern kurz mal verglichen. Also du siehst einen Unterschied. Beim normalen TV-Bild ist der Unterschied nicht riesig, muss man sagen. Aber du siehst auch messtechnisch schon, gerade im HDR-Bereich, wenn du das Ganze auf, also wenn du jetzt mal auf volle Pulle stellst quasi, also auf Dynamisch, vom Bild her, dann merkst du schon auch, sagt auch der Coll ja, dass du halt wesentlich mehr Nitz nochmal hast. Also das Ding ist schon heller. Und ich finde auch gerade im schwarzen Bereich, dass du mehr Details siehst. Also ich sehe jetzt kein Riesenschritt, der alte war auch schon top. Aber klar, die forschen da jährlich dran. Und ja, du siehst, den Unterschied ist einfach so. Und das ist eben auch mehr technisch belegbar. Ganz witzig. Ja, Hammer. Dann kommen neue Hedgeheils von Technics, ne? Oh ja, genau. Genau, es kommen neue Hedgeheils, denn das ist ja super angenehm, einfach mit diesen Hedgeheils zu arbeiten, die du abschrauben kannst bei den Technics-Geräten, um Systeme zu vergleichen. Und da sind wir einfach mal auf den Thorsten zugegangen und gesagt, also Thorsten ist unser Ansprechpartner bei Technics, du schick uns doch mal ein paar Hedgeheils zu, weil das erleichtert uns so sehr die Arbeit, wenn wir einfach vormontiert verschiedenste Systeme haben, MM-Systeme, MC-Systeme, in verschiedenen Preislagen, dass man die einfach nur in kürzester Zeit umstecken muss. Du kannst, du musst nur einmal das Auflagegewicht, die Ton am Höhe einstellen und kannst sofort quasi vergleichen und hast eine viel kürzere Zeit und eine viel kürzere Spanne, in der du quasi diese Höreindrücke halt hast. Ja. Und das ist sehr, sehr schön. Freue ich mich drauf. Ja, bin mal gespannt. Das war auch ganz lustig. Wo du gerade, also wir sagen so selbstverständlich Hedgeheil und erklären es wieder nicht, fällt mir gerade wieder auf. Oh ja, stimmt. Weil ich habe, das sagt ja auch der Hayside-Mensch, der ist jetzt so kein Hi-Fi-Hörer, aber er sagt auch irgendwie, der hat sich jetzt einige Podcast-Folgen angehört, war auch ganz begeistert, aber hat gesagt, ey, versteht halt nichts. Ja, ja. Also 20 Prozent oder so von den Themen, die gehen an ihm vorbei oder andersrum. Und ich hatte auch letzte Woche Freitag jemanden da, eine ganz nette Familie, die war aus Bochum da. Und dann hat sich eben irgendwann herausgestellt, dass er auch die Podcast verfolgt. Und dann kam so eine Frage auf, weil es um Rune ging. Und wir hatten ja letzte Woche im Podcast super viel über Rune gesprochen, über die Steuerungssoftware Rune. Und ich habe mir den Podcast danach nochmal angehört und dachte so, das ist schon irre technisch. Ja. Genau, wir setzen natürlich schon immer sehr viel irgendwie, also unbewusst, leider voraus für die Zuhörer. Ja, das Ding ist halt, wir sind halt den ganzen Tag mit Hi-Fi umgeben, in allen Facetten. Und dann vergisst man so leicht, dass ja nicht jeder den ganzen Tag mit Hi-Fi zu tun hat. Das ist eigentlich eine gute Sache, da mal einfach irgendwie ein paar Themen vielleicht anzusprechen im Podcast, um vielleicht so grundlegende Sachen einfach mal zu erklären. Ja, und wo, wenn nicht auf der Plattform, gell? Ja, vor. Genau, also, ja, ist angekommen, Leute. Wir versuchen das nochmal, weil da ging es zum Beispiel jetzt, also, ich erklär es dir jetzt schon wieder nicht, aber es ging dann um die Unterschiede, ne? Core, Server, Bridge, Streamer. Was meint ihr genau? Und ja, natürlich ist das ein bisschen verwirrend. Da wollen wir uns bessern. Genauso wie ich, das hat mir witzigerweise auch ein Kunde aus Bochum mal gesagt, und das hat mir jetzt der Winnie Andres von der Pia nochmal erzählt, dass diese Fragen auch einfach immer wieder auftauchen. Und ich hatte auch gestern witzigerweise noch ein Gespräch mit einem anderen Kunden darüber, und zwar in der Welt von Akkufest zum Beispiel, so Themen wie, also ganz banal, Single Wire, B-Wire, B-Amping, dann horizontales B-Amping oder die Monobrücke oder eben dafür zu sorgen, dass man, ja, Brücke in dem Sinne, dass man die positive Halbwelle und die negative Halbwelle von Endstufen übernehmen lassen kann, wenn man zwei Monoendstufen pro Seite nimmt und so weiter. Auch schon wieder alles sehr kompliziert. Ja, ja. Von den Worten her, da sollten wir uns mal so ein bisschen Tech-Talk auf die Fahne schreiben und da mal ein bisschen erklären. Voll, voll. Oder mal ein Video zu machen. Absolut. Genau. Ganz kurz jetzt nochmal, um das abzuholen, Headshell, was ist das Headshell? Das Headshell ist letztendlich die Tonabnehmeraufnahme von meinem Tonarm. Daran befestige ich letztendlich den Tonabnehmer, der quasi, also die Nadel, die Nadel ist ja an einem an einem an einem Nadelträger befestigt und das ist quasi der ganze Tonabnehmer. Und die Headshell, die ist quasi die Aufnahme davon, an der ich das einfach befestige und montieren kann und dann auch noch justieren kann. Genau. Und die gibt es fest montiert am Tonarm oder eben abnehmbar. Und bei Technics sind die sehr leicht abnehmbar, weil die ja aus dem DJ-Tum kommen. Wobei das nicht nur Technics macht, das machen viele andere auch. Man nennt das so umgangssprachlich SME-Verschluss. Vielleicht hat SME damals damit angefangen, das weiß ich gar nicht fix. SME sind englische Hersteller, die wahnsinnig coole Tonarme bauen. Ja, genau. Und dann ist das so, und da kann man die eben schnell wechseln in Zukunft dann bei uns und das war für uns sehr witzig, das mal zu probieren. Achso, lustig auch. Ich habe gestern, boah, gestern ist angekommen bei uns im Laden von Transrotor. Ich habe mir für meinen Transrotor den polierten Aluteller bestellt. Ich habe ja schon erzählt, ich habe mir einen Transrotor Galileo und das ist so ein eckiger, recht schlichter Transrotor. Der hat aber, ja, als Standardteller quasi, hat der so einen weißen Acrylteller. Der sieht auch schick aus. Und meiner hatte noch die Nut außenrum, weil ursprünglich kam der Galileo ohne TMD-Lager. Das heißt, der Riemen lief in dem Auslieferzustand bei dem Schalblandspieler um den Teller herum. Und wenn man das TMD-Lager, dieses Magnetlager, nachrüstet von Transrotor, das kann man dann nachrüsten, dann treibt der Motor mit dem Riemen das TMD-Lager an. Und das sitzt unter dem Teller. Das heißt, diese Nut außenrum ist überflüssig. Sieht zwar auch nicht schlecht aus, aber es ist halt überflüssig. Und ich wollte aber unbedingt so einen Chromteller, weil ich einfach, also einen polierten Teller, weil ich das so cool fand. Vorne habe ich den gestern Abend mit zum Zug geschleppt. Ey, Paket, zehn Kilogramm. Hammer. Die Hölle in Dosen, das Ding. Und dann habe ich den gestern Abend noch montiert. Also erstens sieht das mega schick aus, aber zweitens hörst du einen Riesenunterschied zwischen den Teilen. Und das ist jetzt echt wertfrei. Also ich bin gar nicht sicher, dass der mir klanglich besser gefällt. Der ist strukturierter, der ist direkter, klarer, aber auch ein bisschen heller. Und genau, also ich fand den anderen Teller über klanglich ist nicht schlechter, muss ich sagen. Aber das sieht halt einfach elendig schick aus. Ja, Hammer. Die Chromsachen sehen halt einfach super aus. Ja. Hammer. Hammer. Ja, ich glaube, jetzt haben wir so viel über die ganzen, über dein Studium und alles mögliche geredet, dass wir, glaube ich, jetzt eigentlich zur Musik kommen können. Was machst du heute noch? Du hast noch Termine heute, ne? Ja, ich habe jetzt gleich noch eine 5.1 Beratung. Dafür habe ich auch ein bisschen aufgebaut schon. Ich habe heute Morgen hier nochmal einen Surround-Verstärker angeschlossen, aber wir hatten gerade keinen betriebsfähigen hier stehen. Welchen hast du angeschlossen? Ja, einen ganz kleinen Marantz-Verstärker. Das ist jetzt nichts Großes. Der Kunde will auch sich nur die Boxen tatsächlich anhören. Okay. Ist jetzt nicht der Rede wert. War aber trotzdem wieder so cool zu sehen und zu hören. Ich habe da einfach mal zwei, drei Trailer natürlich nochmal abgespielt und den Verstärker ein bisschen eingestellt. Ja. Wie gut so ein vernünftiges Surround klingt, das ist einfach so mitreißend. Wir haben ja hier unseren Nahbereichs-Beamer und haben dann eine kleine Surround-Kette vom Monitor Audio installiert, die quasi dauerhaft hier festmontiert ist und festinstalliert ist, sodass sie halt eigentlich direkt vorfühlbereit ist. Außer heute Morgen. Außer heute Morgen, genau. Und das hat einfach wieder so einen Spaß gemacht. Einfach mal Top Gun Maverick an, wo die Flugzeuge um einen rumfliegen. Dune-Trailer angemacht. Das ist ja gerade, also wenn ihr Dune Part 2 noch nicht gesehen habt. Hab ich nicht. Den ersten unbedingt schauen. Kann dieser Film. Also ich bin Fan und halt auch mal was superdynamisches, was wo die Fetzen fliegen und das funktioniert so gut auf so einer kleinen Surround-Anlage. Also jetzt in diesem 5.1 liegen wir irgendwie so bei knapp 2,4 für Subwoofer, Center, zwei große Stand-Lautsprecher vorne und zwei kompakte hinten. Bronze-Serie für Monitor Audio. Genau, Monitor Audio, Bronze-Serie. Für das Geld ist es, ja. Also das ist ja eigentlich ein bisschen eklig. Es gibt ja auch Soundbars für das Geld quasi. Ja, ja. Du brauchst noch einen V-Receiver. Aber wenn man bereit ist, die Kabel zu verlegen, Leute, kauft euch keine Soundbar. Also wir haben ja wirklich tolle Soundbars. Es gibt richtig gute Soundbars. Aber, und es sieht natürlich schick aus und alles ist gut. Und das ist so ein bisschen die Diskussion, die wir am Anfang hatten mit dem Stereo und so und den Alternativprodukten dazu. heute in klein und schnuckelig. Aber wenn man es richtig macht, ist es natürlich unbeschreiblich viel. Surround macht so ein Spaß. Ja, absolut. Und das Coole, ich kann es ja immer wieder erweitern. Das ist ja das Geile. Jetzt spreche ich mir hier für den Kunden, der interessiert sich an einem 5.1-System. Ich kann es halt auf Atmos ohne weiteres erweitern. Ich brauche natürlich einen Verstärker, der das kann. Also einen Surround-Receiver, der Atmos-fähig ist. Keine Frage. Aber es gibt, das ist das Coole, ja mittlerweile diese Lautsprecher, die ich noch auf meine Lautsprecher stellen kann. Das sind so kleine Top-Lautsprecher. Die kommen dann auf meine vorne-links-rechts-Lautsprecher und meine hinten-links-rechts und die dann über die Deckenreflexion arbeiten. Ich könnte sie natürlich auch an die Decke montieren, wenn ich bereit bin, da auch die Kabel langzulegen. Aber um da auch die Hürde oder dass ich es noch besser atmosphärisch machen kann oder noch schneller, man sich halt überlegt, warum arbeiten wir nicht einfach mit einem Lautsprecher, den wir auf unsere bereits bestehenden Lautsprecher aufsetzen können. Das ist ein ganz kleiner, angewinkelter Lautsprecher und der befeuert jetzt meine Decke und über die Deckenreflexion habe ich dann quasi meinen Atmos-Kanal, der von oben kommt. Natürlich, das muss von den Laufzeiten alles passen. Das heißt, ich kann das, wenn ich jetzt ein Den- und Marans-Gerät habe über Odyssey einmessen und der korrigiert mir dann quasi diesen Versatz, der entsteht. Ich kann das auch händisch machen, wenn ich will. Ich habe das hier jetzt heute händisch gemacht, weil unsere Lautsprecher hinten halt ein bisschen näher sind als die vorne und wenn ich das eingemessen habe, das ist so ein toller Klang und so einlullend. Das macht einfach Spaß. Macht einfach richtig Spaß. Cool. Die Kette hat halt, also die Kette hat halt, finde ich, nur das Problem, wenn du dann auf Stereo schaltest, dann merkst du, dass es nicht so hochwertig ist, aber im Surround-Bereich ist es schon ein Knüller. Ja, genau. Und genau, man kann ja damit so reinwachsen, wie du sagst. Eben drum. Eben drum. Kommen wir zur Musik? Ja, sehr gerne. Soll ich einfach mal? Ach, hau raus. Ich habe einen sehr coolen Künstler heute und zwar Leif Wollebeck heißt der. Das ist ein Kanadier oder Singer-Songwriter und mir gefallen seine Aufnahmen unglaublich gut, weil die super organisch sind, aber trotzdem sehr high-fidel irgendwie und die klingen so echt und das gefällt mir super gut an ihm. Und der Song heißt The Way That You Feel. So super eindringliche Stimme, ein bisschen Schlagzeug, ganz entspannt im Hintergrund, ein Bass und ein Fender Rhodes. Das ist total schön. Sehr, sehr entspannte Musik. Gerne mal reinhauen. Ein Klassiker. Ich habe was Cooles. Ich war beim lieben Ralf, ein Kunde von uns, und der macht einfach legendär gute Playlists, muss man sagen. Oh ja. In dem Fall hier schreibe ich einfach nur ab. Er hat übrigens die Playlists auch bei uns, bei Cubis geteilt, also unserer Firma. Kannst du mal gucken, die heißt Breathe oder Breath. Aber der Song. So, der Song ist Louis Armstrongs Hot Fives and Hot Sevens. Das heißt das Album. Und zwar produziert aber oder gespielt von Wynton Marsalis. Das ist also so ein Cover von den Louis-Armstrong-Aufnahmen. Und der Track, der mir auch wirklich sehr gut gefallen hat, wobei das Album ist einfach generell der Hammer. Ich habe das heute Morgen schon wieder gehört und gestern ein bisschen Basschen Street Blues. Also, ja, rein und gute Laune. Louis Armstrong eins zu eins auch irgendwie so gemacht von der Stimme. Also ein super Trompeter und auch wie er singt ist eins zu eins würde ich sagen. Ja, Louis Armstrong. Also richtig cool. Muss man erst mal rankommen. Muss man erst mal machen. Genau. Ja, spricht dafür. Geil. Geil. Sprich mal rein. Leute, achso, da wollte ich so seit Wochen nochmal drauf hinweisen. Ihr denkt dran, bei Cubis, wenn ihr da draußen seid, bei Cubis und ihr sucht unsere Playlist, einfach auf Playlisten gehend in der Cubis-App, geht auf Playlisten, geht auf Suche oder sucht nach der Playlist Podcast-Playlist. Bekloppterweise sind wir das. Also wir haben die damals einfach nur Podcast-Playlist genannt, warum auch immer und verrückterweise findet man die direkt, weil scheinbar hat seine Playlist noch, also öffentliche Playlist sonst noch keine Podcast-Playlist. Sonst noch keine Podcast-Playlist. Geil, schön. Perfekt. Und bei Tidal das Gleiche, auch da könnt ihr uns, könnt ihr die suchen, ihr könnt die abonnieren und wir versuchen regelmäßig die Lieder, die wir hier nennen, da reinzupacken. Die sind auch schon alle drin aus der letzten Woche, glaube ich, die fehlen, glaube ich, und die von heute. Ich versuche das nachher noch zu machen. Genau, also viel Spaß beim Hören. Wenn ihr uns mal Tracks durchgeben wollt, die wir nennen, auch weiterhin, gerne mal eine WhatsApp oder ruft uns an, keine Ahnung, also unsere WhatsApp-Nummer, unsere Telefonnummer, unsere E-Mail, natürlich alles auf unserer Homepage, hifi-schmitz.de. Ja, Leute, viel Spaß beim Musikhören. Janek, viel Spaß beim Vorhören. Ich danke dir, dir auch, und auf einen schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen, würde ich sagen. Yes, bis dann, macht's gut, Leute. Ciao. 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 Ciao.